Nachdenkseiten Die kritische Website Bravo! Kabarettistin Christine Préan steigt bei Heute Show aus. Ein Kommentar von Tobias Liegel Sie wolle sich nicht länger daran beteiligen, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben. Schauspielerin Christine Préan hat mit ihrer Trennung von der Heute Show und mit ihren Erklärungen dazu einen großen Dienst erwiesen. Genau diesen Durchblick und in der Folge den Mut, einen komfortablen, aber politisch fragwürdigen Arbeitgeber zu verlassen, brauchen wir noch viel mehr. Kollegen sollten sich an dem Schritt ein Beispiel nehmen. Christine Préan verdient stehenden Applaus. In zahlreichen Texten haben wir uns mit dem Niedergang und der Angepasstheit von Teilen der Kulturszene bei zentralen Themen befasst. Etwa im Artikel »Jämmerliches Kabarett« – TV-Satiriker schützen die Kriegspolitik. Heute gilt es aber einen Vorgang zu würdigen, der sich der Tendenz der Unterwürfigkeit vieler Künstler gegenüber der Regierungspolitik entgegenstellt. In einem empfehlenswerten Interview mit dem Medium Kontext hat die Schauspielerin und Kabarettistin Christine Préan ihren Abschied von der ZDF-Satiresendung Heute Show bekannt gemacht und in erfrischender Klarheit auch die Gründe dafür formuliert. Zahlreiche Medien haben darüber berichtet, etwa die Welt in einem verlinkten Artikel. Im Interview beschreibt Préan unter anderem, dass die Art, wie gesellschaftlich prägende Themen in der Show seit Corona behandelt worden seien, bei ihr zunehmend Bauchschmerzen ausgelöst hätten. Ich habe auch mit den Verantwortlichen dort geredet und betont, dass ich mich nicht daran beteiligen will, Anlassdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben, so die Préan. Satire dürfe sich nicht daran beteiligen, den Diskurs zu verengen, das sei nun aber auch beim Thema Ukraine zu beobachten. Zitat Hier fasst Préan gut ein zentrales Problem der heutigen TV Satire zusammen. Echte Satire legt sich mit den Mächtigen an. Wer nach unten tritt, macht keine Satire und kann darum auch nicht die Spielräume der Satire, was Häme und Kraftausdrücke etc. betrifft, für sich reklamieren. Wenn mit einem großen TV-Sender und üppigen Gebührengeldern im Rücken nach unten gegen im Meinungskampf bereits benachteiligte Bürger ausgeteilt wird, dann würde ich das als Hetze bezeichnen und nicht als Satire. Ein Abgleiten in die Angepasstheit, mindestens bei den Themen Corona und Russland, ist nicht nur bei der Heute-Show, sondern in zahlreichen weiteren Satiresendungen im TV zu beobachten. Siehe links unter diesem Artikel. Auch das macht Préan in erfrischender Eindeutigkeit klar. Sie sei überhaupt keine Freundin mehr von Satiresendungen, egal ob Böhmermann, die Anstalt oder andere. Diese Art von Satire sei ein Simulieren von Freiheit. Das ZDF gab sich auf Bildanfrage schmallippig, wie die Zeitung in einem verlinkten Artikel über Préans Knallhart-Abrechnung zitiert. Christine Préan hat seit 2011 im Ensemble der Heute-Show mitgewirkt, ebenso wie bei der Anstalt. Sie hat die unregelmäßige Zusammenarbeit auf eigenen Wunsch beendet. Die Zusammenarbeit haben wir sehr geschätzt und lassen die Tür für weitere Auftritte offen. Zitat Ende. Unbedingt muss betont werden. Es gibt zahlreiche Künstler, die sich bereits der massiven Verengung des Meinungsspektrums entgegenstellen. Ihr Mut ist angesichts der Feindseligkeit gegen Andersdenkende umso mehr zu würdigen. Leider sind viele von ihnen von großen Reichweiten abgeschnitten. Ich finde den Schritt von Préan wichtig und mutig. Es ist auch wichtig, dass sie ihn so offensiv erklärt. Vielleicht ist ihre Entscheidung der Anfang einer Tendenz. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wirklich alle Autoren, Darsteller, Regisseure etc., die aktuell in der Szene der deutschen TV-Satire arbeiten, einverstanden sind mit der zunehmenden Angepasstheit und dem infamen Lächerlichmachen von im Meinungskampf ohnehin benachteiligten Bürgern. Wer, der sich Satiriker nennt und den Sinn des Wortes auch verstanden hat, möchte sich schon als giftiger Verteidiger der Regierungspolitik gegen Andersdenkende wiederfinden. Das Beispiel der mutigen Kollegin Préan könnte zweifelnde Beteiligte nun vollends umstehen. Man möchte aufstehen und Christine Préan applaudieren. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.